Norddeutscher Rundfunk 2021 Der zählt nicht, es war abseits Harte Entscheidung, aber wohl auch die richtige Entscheidung, Wolf Auch wenn es natürlich unglaublich eng war Holtby Klasse Technik Und er schießt Was für eine Rettungstat gehalten Gefährlich Und damit haben wir das erste Tor Dieser Partie Da haben wir die Entstehung Dieses Tors nochmal, erst das feine Kurzpassspiel und dann ist es Klasse gemacht, Knipser Qualitäten Würde ich sagen, aus kurzer Distanz Lässt er dem Keeper Keine Chance Abwehr muss aufpassen, sie kommen Jetzt ist es gefährlich Ball kommt Sie haben diese Partie Jetzt doch mehr oder weniger im Griff Sieht im Moment gut aus Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen Wir schauen nochmal kurz auf die Wiederholung dieser Szene Sie spielen den Ball zurück Und dann bringt er diesen straffen Schuss aus der Mitteldistanz So dass der Keeper ohne Chance ist Ja, mit viel Übersicht Ja, mit viel Übersicht Als Verlierer vom Platz Kein Ergebnis, das ihnen gefallen wird Ist ja klar Die wollten mehr Jetzt ist es dann doch eine Eine deutliche Niederlage geworden Das ist bitter Aber Sie wissen ja auch, woran es gelegen hat Lücken in der Abwehr immer wieder Und da haben sie sich zu viele Tore gefangen Das war gut, was er heute angeboten hat Das war gut, was er heute angeboten hat